Die Handel ist bereit, die Handel ist beladen für Siegfried Tormeier, Polizeisportverein Sonneberg. Das ist der Polizeisportverein Sonneberg, 90 Kilo. Die Handel ist bereit, die Handel zu machen. Die Handel ist bereit, die Handel ist bereit, die Handel zu machen. Die Handel ist bereit, 2x 2,5 Kilo für die Handel. Oh, come on! Oh, 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 oh! Up! 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 Nein! Go! Up! 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 Let's go with scoop! Up! Neuer deutscher Rekord! Die Steigerung für Grämmertum! Taar! Pause! und der Land ab! Herr Gies. Räumt! 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 Wollen wir die Angst nicht drücken? Gräf unter Deutsch! Komm! Jawoll! Wir gratulieren, wir wünschen eine gute Heimfahrt und vielleicht mal wieder irgendwann in Sonneberg.